Ihr wolltet, dass wir mexikanisch essen gehen. Also meine Amigos, let's go. Zum Trinken hatten wir Yaritos. Das ist eine mexikanische Limo. Als Vorspeise hatte ich Tacos mit Pastor. Das sind Tortillas, die mit scharfen Zutaten gefüllt sind. Alina hatte Nachos mit Guacamole. Dann muss ich natürlich noch ein Tortilla probieren. Die mexikanische Version von einem Dürrüm. Natürlich mit ganz viel scharfer Soße. Alina hatte Quesadillas. Das ist wie ein Taco, nur mit ganz viel Käse. Das war alles mega lecker. Welches Land als nächstes?